So hey, mein Name ist Fabio und Vohren habe ich ein Video von Sunny Dickree geguckt auf seinem deutschen YouTube-Kanal und dementsprechend trug dieses Video den Titel Alles verkauft und deswegen dachte ich mir, hat Sunny jetzt alle seine Kryptowährung verkauft und habe mir dieses Video natürlich mal angeschaut. Und um was es in diesem Video primär ging, ist, dass er seine Altcoins verkauft hat und jetzt gerade aktuell nur Bitcoin hat. So jedenfalls laut seinem Video. Er hat auch so ein bisschen was bei Ethereum kritisiert, hat gesagt, ja das läuft irgendwie momentan nicht alles so schnell, wie es eigentlich gerne laufen sollte und auch dieser Vorschlag mit der Bitcoin Cash Blockchain findet er nicht so cool. Ich kann euch das Video gerne mal unten in der Videobeschreibung verlinken. War auf jeden Fall kein schlechtes Video und ich habe mir gedacht, ich mache so ein ähnliches Video, in dem ich so ein bisschen aus einer anderen Perspektive das Ganze erzähle. Ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch mal ganz spannend. Wie wir jetzt gerade hier schon sehen können, ich habe ja glaube Ethereum ein bisschen unter 300 Dollar nochmal nachgekauft. Jetzt momentan sind wir bei 230 Dollar, also habe ich ein bisschen Verlust gemacht, ist aber auch tatsächlich gar nicht so schlimm. Mit Bitcoin bei 10.700 Dollar sieht es gar nicht so schlecht aus, ist natürlich auch ein bisschen gefallen. Ich glaube, wir hatten einen Peak von etwa 13.000 oder so vor einiger Zeit, so vor etwa einer Woche oder vielleicht auch zwei Wochen. Litecoin ebenfalls wieder ein bisschen runtergegangen, unter die 100 Dollar und so geht es eigentlich durchgängig weiter. Hier sieht man zum Beispiel bei EOS hier so wie so eine Treppenstufe. Gerade, dann geht es wieder runter, dann relativ gerade, geht wieder runter. Sieht man hier dementsprechend oder auch bei anderen Coins sieht es tatsächlich gerade ziemlich schlecht aus. Ich glaube, Tron war mal ganz kurz vor den 4 Cent, momentan wieder bei 2,5 Cent. Also geht es auch nicht wirklich voran, genauso wie bei Dash. Und sehr viele Leute sagen jetzt natürlich, ja dies, das. Momentan ist ja so ein bisschen eine Bitcoin-Season. Bitcoin geht immer ein bisschen nach oben, Bitcoin steigt und gewinnt an Dominanz, aber eben die ganzen Coins fallen ab. Können wir mal ganz kurz angucken hier dementsprechend. Die Bitcoin-Dominanz ist hier in diesem Chart das obere, was ihr seht, diese obere Linie, diese orangene ist der Bitcoin. Und da können wir mal ganz kurz gucken. Im letzten Monat, im Monatschart, dementsprechend sehen wir eigentlich ein konstantes Wachstum. Schauen wir mal auf den 3-Monatschart, sieht das Ganze wahrscheinlich ebenfalls auch so aus. Also wir sehen hier, Bitcoin ist von 50% auf mittlerweile 65% gestiegen. Innerhalb von einem Jahr sieht man ebenfalls auch ein relativ gutes konstantes Wachstum. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an seit 2017, weil da ist es noch ein bisschen spannender. Denn Bitcoin ist hier ziemlich nach unten gegangen, als diese ganzen Altcoins relativ nach oben gegangen sind. Schaut euch mal ganz kurz das an, was hier steht. Wir sehen hier, Bitcoin-Dominanz ist 38%, Ethereum-Dominanz am 12. Juni 2017 ist 31%. Das ist krass. Ja, Bitcoin-Cash-Dominanz gibt es tatsächlich noch gar nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es noch gar kein Bitcoin-Cash. Aber es ist wirklich spannend tatsächlich, wenn man sich das Ganze mal so anguckt. Also hier Bitcoin und Ethereum waren tatsächlich nur 7% auseinander von der Dominanz. Geht es hier weiter. Bitcoin ist wieder nach unten gegangen auf 30%. Und da dachte ich mir tatsächlich auch schon so, hm, ist jetzt echt nicht so cool. Und das war am 8. Januar 2018 und da war Bitcoin wirklich relativ weit unten bei 33%. Dachte ich mir auch so, ja, ist jetzt nicht so cool, wenn Bitcoin-Dominanz nach unten geht. Ja, geht es den Altcoins natürlich besser. Und 2017, wer sich noch erinnert, da gab es wirklich extreme Gains mit Altcoins. Also da konnten sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld verdienen, indem sie Altcoins kaufen oder einfach nur halten. Weil so ziemlich jeder Altcoin ist nach oben gegangen. So, und wenn man hier sieht, Bitcoin ist wieder nach oben gegangen und die anderen Coins gehen zurück. Eigentlich alle relativ konstant, gehen eigentlich alle wieder gut zurück. Und Bitcoin-Dominanz ist jetzt, wie gesagt, bei 65%. Warum ich euch das Ganze sage, ist, weil sehr viele Leute immer erzählen oder beziehungsweise das Ganze in Frage stellen. Ja, könnte es überhaupt wieder eine Altcoin-Season geben? Gibt es überhaupt irgendwann mal wieder so einen Markt wie in 2017, dass eben Bitcoin steigt, aber alle anderen Coins auch extreme Gains bekommen? Dass hier eben sozusagen alles hoch geht. Es ist im Endeffekt kein, nicht mal Glücksspiel gewesen in dem Sinne, weil egal auf was ihr gesetzt habt, ob ihr auf den Top 20 Coins gesetzt habt oder wie auch immer, es ist eigentlich alles konstant herumgegangen. Man hat mit allem Geld verdient. Man musste dazu kein Investor sein oder sich irgendwie informieren in 2017, weil, wie gesagt, das ist so ziemlich alles gestiegen. Und um das euch so ein bisschen zu beweisen, gucken wir uns jetzt irgendeinen Coin an und schauen einfach mal rein. Dazu gehe ich mal ganz kurz auf random.org, damit wir das Ganze jetzt hier wirklich komplett zufällig machen. Ich mache mal eine Zahl zwischen 1 und 25. Generate die 4. Ja, 4 ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel, weil das ist der Litecoin. Und dann gucken wir mal ganz kurz auf den Chart. 2017, oh, extreme Gains. Sowas aber auch. Ja, gucken wir mal ein bisschen weiter. Machen wir mal zwischen 10 und 30. Ja, um das mal noch ein bisschen verdeutlichen. Die 13, das ist Monero. Gucken wir mal ganz kurz rein in den Chart. Und da wird es wahrscheinlich genau gleich aussehen. Oh, 2017, extreme Gains. Und das könnte man wirklich voranführen. Also das könnte man wirklich mit so ziemlich jedem Coin machen, der hier in dieser Liste ist. Manche Coins gehen halt nicht, wie Bitcoin Cash oder so. Oder dementsprechend mit hier diesem Leo Coin dementsprechend. Ich glaube, der kommt von Bitfinex oder so. Bin ich gerade gar nicht so sicher. Oder mit Cosmos. Ist mir auch nicht bekannt, dass der noch so lange existiert. Aber mit sehr, sehr vielen Coins kann man eben dieses Spiel treiben. Irgendwie auf die Kurse gucken. Und man sieht, 2017 gab es extreme Gains. Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Und wenn man jetzt hier irgendwie auf die Idee kommen könnte, ja, so einen Altcoin-Markt wie 2017 könnte es ja theoretisch mal wieder geben, dann ist das keine abwegige Vorstellung. Sagen wir es einfach mal so. Das ist meine Meinung natürlich und kein Financial Advice oder wie auch immer Finanzberatung ist es natürlich nicht. Sondern es ist alles nur meine Meinung. Aber ich denke persönlich, es gibt keinen Grund, warum momentan und warum in der Zukunft nur noch Bitcoin profitieren wird. Von diesem ganzen Kryptomarkt. Ich sehe da keinen vernünftigen Grund. Natürlich kann es sein, dass so ein Ethereum nicht so starke Gains kriegt. Oder ein XRP oder ein Litecoin, wie auch immer. Aber es gibt verschiedene Coins mit verschiedenen Anwendungsbereichen. Und ich denke nicht, dass jeder Coin wieder nach oben geht, so wie das Ganze in 2017 der Fall war. Sondern, dass nur bestimmte Coins mit bestimmten Einsatzmöglichkeiten dementsprechend Gains kriegen. Aber die dann auch dementsprechend ganz gut. Gut, man könnte es vielleicht auch mit 2017 vergleichen. Aber das ist jetzt alles hier irgendwie Wahrsagen und was weiß ich. Für einen Scheiß hier irgendwie in die Zukunft blicken. Das kann natürlich keiner voraussagen. Aber ich halte es nicht für unrealistisch, dass wir irgendwann wieder ein Altseason sehen. Und dass auch Coins, die einen guten Verwendungszweck haben, dementsprechend auch ganz gut steigen werden. Man hat es ja in der letzten Zeit auch gesehen mit dem BNB, also mit dem Binance Coin. Der war ja vor einiger Zeit nur bei 5 Dollar oder so am Anfang des Jahres. Können wir mal ganz kurz reinschauen oder Ende letzten Jahres. Der war hier immer so im Dezember, war er so bei 5 Dollar auch noch im Januar etwa. Oder? Nur noch im Dezember? Ja, also im Januar bei 5 bis 6 Dollar. Und 2019 ist der jetzt auf 30 Dollar hochgegangen. Wenn man hier guckt, im Peak war der bei etwa 40 Dollar sogar schon fast. Das ist extrem. Und das nur innerhalb von einem Jahr. Also es gibt Coins, die gehen natürlich trotzdem nach oben. Ähnlich wie der Bitcoin dementsprechend. Aber ich denke trotzdem, dass nicht jeder Coin dementsprechend weiter nach oben geht. Also was ich damit sagen möchte ist, jeder YouTuber, der momentan erzählt, ja es gibt keine Altcoin Season mehr. Momentan ist nur Bitcoin the place to be oder beziehungsweise der Coin, in den man jetzt investieren sollte. Ich denke, der verbaut sehr vielen seiner Zuschauer einfach irgendwelche Chancen. Ich möchte nicht sagen, investiert jetzt in Altcoins und Bitcoin ist irgendwie scheiße. Sondern ich möchte, dass man sich, bevor man investiert, sicher ist, was man tut. Und auch sicher ist, dass man sich richtig informiert hat aus verschiedenen Quellen. Und da irgendwie nur zu sagen, geht momentan jetzt in Bitcoin, weil die Dominanz steigt. Oder weil es vielleicht keine Altcoin Season mehr gibt. Finde ich ein bisschen schwachsinnig, um ehrlich zu sein. Und das möchte ich bei sehr vielen Leuten einfach mal an dieser Stelle ansprechen. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche YouTuber kritisieren in dem Sinne und jetzt sagen, ja ihr macht schlechte Videos. Das ist nicht so. Diese YouTuber sagen natürlich ihre Meinung und das ist auch alles legitim. Aber man sollte eben darauf achten, dass es auch andere Meinungen gibt. Und dass man eben nicht nur einer Partei beziehungsweise einem YouTuber jetzt ganz viel Vertrauen schenkt. Und der einen irgendwie gegen die Wand fahren lässt. Das ist natürlich blöd. Ja, das ist eigentlich schon die Message dieses Videos. Warum ich dieses Video jetzt so genannt habe, wie ich es genannt habe. Wie gesagt, ist auf Sunny Decree zurückzuführen. Auf sein Video alles verkauft. Deswegen habe ich dieses Video jetzt genannt nichts verkauft. Um auf den Titel mal ein bisschen einzugehen. Ich habe tatsächlich gar nichts verkauft. Also sei es jetzt irgendwelche Altcoins oder sei es jetzt Bitcoin. Ich habe 2019 generell noch gar nichts verkauft, weil ich eben diese Hordelmentalität habe. Ich denke, ich halte meine Coins. Ich habe mich irgendwann mal für Coins entschieden. Das kann jetzt auch zum Beispiel Ethereum sein. Ich habe ja letztens auch ein kleines bisschen Ethereum für ein 20er oder so nachgekauft. Ich glaube, ich habe da 0,075 Ethereum nachgekauft. Also das ist ja jetzt echt ein Witz. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Riesenbetrag. Aber es ist einfach trotzdem so, dass ich immer mal wieder kleinere Beträge im Monat in irgendwelche Coins stecke. Ja, das ist einfach der Sinn, den ich eben mache. Teilweise auch in Bitcoin ist auch gar kein Problem. Aber man sollte sich, wie gesagt, einfach davor informieren, was man eben tut. Und sowas immer zu sagen, ja, tradet oder verkauft da am besten oder kauft hier wieder ein. Das finde ich irgendwie komisch. Also ganz ehrlich, ich denke, diesen ganzen Kryptospace bringt man nicht voran, indem man die ganze Zeit an- und verkauft. Weil sowas kann man vielleicht machen, wenn man an der Börse handelt oder wenn man ganz, ganz viel Geld verdienen möchte. Aber wer jetzt wirklich diese Einstellung hat, dass Bitcoin wirklich teilweise was verändern kann in dieser Welt, in der Finanzwelt, dann ist das, was wir eben momentan sehen mit diesem ganzen Jahr. Verkauft mal da und kauft wieder da und zahlt diese und diese Steuern für das und das, weil ihr irgendwie so und so viel getradet habt und wie auch immer. Finde ich irgendwie Schwachsinn, ganz ehrlich. Also ich bin kein Fan vom Verkaufen, um ehrlich zu sein. Und ich habe auch schon ganz, ganz lange nichts mehr verkauft. Ich will nicht sagen, er zahlt irgendwie keine Steuern. Das ist Bullshit. Also vielleicht kam es gerade so rüber, aber so ist es nicht. Ich sehe auch immer wieder Leute, die irgendwie sagen, ja, hodelt eure Coins ein Jahr und danach könnt ihr sie irgendwie im Profit verkaufen. Ich denke mir nur so immer, und das war jetzt auch keine Steuerberatung und so, dafür bin ich dann tatsächlich nicht qualifiziert. Aber eben wenn es um dieses ganze Thema geht, hodelt ein Jahr und dann verkauft es steuerfrei. Dann ist vielleicht das Ganze am Thema vorbeigeschlittert, will ich jetzt mal sagen, dass man am Thema vorbeigeredet hat. Weil es ist ja eigentlich nicht der Sinn davon, dass man Fiat-Geld, sinnloses Geld, was durch nichts gedeckt ist, in Kryptowährungen tauscht mehr oder weniger, die eigentlich nur durch Hashrate und sicheres Netzwerk und so gedeckt sind, im Endeffekt tauscht und dann im Endeffekt wieder zurück zu Fiat geht. Also irgendwie ist da so ein bisschen das Ziel verfehlt, würde ich sagen. Am Ziel ist man da ein bisschen vorbeigeschossen, denke ich mir da immer. Genauso ist es, wie gesagt, auch hier irgendwie mit, genauso ist es dann irgendwie mit Altcoins. Also ich denke auch nicht, dass jetzt Bitcoin der dominante Coin bleibt und hier irgendwie weiterhin auf Richtung 100% geht. Das ist, finde ich, irgendwie komisch, das zu denken. Ich denke, viele Coins haben ihre Daseinsberechtigung, um es mal so anzusprechen. Gut, das war es dann tatsächlich schon mit diesem Video und wäre jetzt hier irgendwie nochmal oder ein kleiner Nachtrag für dieses Video, muss ich dazu sagen an dieser Stelle. Zum Beispiel BNB hat ja ein cooler Use Case. Zum Beispiel man spart einfach Gebühren auf Binance. Man kann mittlerweile ziemlich viel mit Binance machen. Binance hat ja auch diesen Decks und so. Kommt ja bald, soweit ich das weiß oder den gibt es vielleicht auch schon. Bin ich kein großer Fan davon. Aber sowas ist eben ein Use Case zum Beispiel. Und sowas kann der Bitcoin halt nicht. Und das sind halt einfach so Sachen, da irgendwie zu denken, dass solche Coins wie zum Beispiel BNB dann nicht steigen können, nur weil es jetzt keine Altseason gibt, das ist ja Schwachsinn. Also, das war es dann, wie gesagt, mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wurde tatsächlich mal ein bisschen länger. Und ja, ist schade eigentlich. Ich mache nicht gerne solche langen Videos. Aber wurde jetzt auch mal Zeit und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und schreib mal deine Meinung unten in die Kommentare. Bis dahin, ciao und bis bald.